Kopp. 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 Alter, seitlich sieht das echt übel aus, ey. Das ist ja komplett gestört, ey. Haben wir das gleiche Outfit? Wir haben... Wir haben legit das gleiche Outfit gewählt. Ja, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Humans Fall Flat mit Keller. So, und jetzt legen wir los. Guck mal hier, wie viel kann der klärt. Schüttel da noch? Geh mal her, das Ding. Ich tu das weg. Halt's Maul. So, wollen wir? Ja, ja, sicher. Oh, shit. Warte, ich komm durch die Tür. Oh, mach mal auf hier. Jo. Ich hab mich gepackt. Aber ich glaub, du fällst immer wieder zurück hier. Ja, hab ich dir gefallen. Mitkommen, Alter. Nö. Ich hab so zwei besoffen aus dem Park. Ja, gerade so aus dem Club. So, bis jetzt. Das ist doch so ne Klärding. 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 Das ist doch so ne Klärding, ne? Das ist doch so ne Klärding. Du hast doch beim Blick auch nur zu. Äh, wie ist der? Mach mal an, hier. Warte, da komm ich jetzt hoch. Ja, ich bin oben. Woo! Aha. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Hast du nicht gepackt? Steh da auf hier, ey. Das gibt's doch ja auch nicht. Du musst halt immer drücken, ne? So, hier, der ist doch... Jawoll. Er rennt damit gegen die Wand und Box gegen die... Äh? Ey, nicht, nicht, was ist das denn? Voll. Achso. Oh, Level zu Ende. Wo ist dein Bein hin? Du hast nur noch ein Bein. Nein, ey! Ohne Witz muss mein Bein. Erstmal der Bank stützen, ey. Ey, wo ist mein Bein? Verliert man ihr Körperteile oder was? Ey, wo ist mein scheiß Bein hin? Das kommt doch nicht wieder hin, das ist ein Grafikfehler. Was ist das denn? Verliert man ihr Körperteile oder was? Wuhu! Guck mal, schön mich... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Mann, scheiß Bein mit den Armen. Gutes Spiel, ey. Wir müssen locker die... Wuhu! Die, äh... Die... Die... Loko. Warte, zieh mich... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Komm hoch, Digi. Ich halte die Decke runter und du kannst aufkl... Mit... Mit... Ja! Huh! So! Nein! Warte! Hoppala! Ja, du musst dich direkt festhalten, glaube ich. Ja! Ja! Warte... Oh! Wo bist du denn schon? Siehst du das, Alter? Oh! 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 Es ist doch kacke hier mit einem Bein hier! Ja! Ich hab's! Ich kann dich auch... Okay, guck mal her. Ich helf dir. Ja! Jawoll! Ja! Ich schieb mir mal das Ding drunter. Und dann loslassen natürlich. Hahaha! Warte, warte! Du kommst jetzt auf die Müll... äh... Dings hier! Nein, ey! Steh auf! Warum steht der nicht auf? Hallo! Müllabfuhr! Nein! Ja, mein Bein ist wieder da! Wow! So, jetzt halt dich mal an mir fest. Komm! Grab it! Grab den Booty! Oh! Oh! Halt dich fest! Warte! Oh! So, ich komme. Halt durch! So! Kannst du mich hochziehen? Geht das? Ja, 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 ja! So, jetzt halt dich an mir fest! Komm! Ja! So, warte jetzt! Zieh! Jetzt mit der rechten Hand nachgrabben! Ah! Ja! Geh doch rüber! So! Ja! Vorsicht! Vorsicht! Ah, mein Bein! Ah, lass los! Ah! Und zack! Boah! Ey! Jawoll! Boah, ich hier Limbo, ey! Jo! Warte, ich probiere auch! Ja, das war einfach! Brücke immer! Ehre! Hoppala! Und weiter, wa? Ja, geil! Alter! Was müssen wir hier machen? Auf! Oh, warte mal! Die Kiste hier drauf stellen? Oh, mal her, das Ding! Ich will da drauf tun! Junge! Du musst da drauf bleiben! Na klar! Scheiße, hilf doch mal! Mach das mal da, komm! Easy! Was warst du denn da? Ey, ich helf dir! Komm mit! Ich will aber nicht! Kommst du mich? Ich will aber nicht! Okay, jetzt! Paket hoch! Hier! Nimm mal an! Ah! Ich glaub, die Kiste da hoch? Ja, aber ich glaub, du hättest das vielleicht sogar annehmen können! So! Ich pack das ganz unten an, tu das hoch! Oh! Oh! Nimm! Oh! Nein! Guck mal! Den kann man doch bestimmt ziehen! Ja, siehste! Oh, wow! Mein Gott! Wie trägt der denn hier das Ding an, ey! Du musst jetzt hochgucken, während du es trägst! Ja! So jetzt... Ja! Bleib stehen! Geil! Nee, nee! Du musst hier an die Ecke! Ja, ich weiß! Oh! Nein! Geil! Oh! 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 So, warte! Oh, ist ja easy! So! Der Notweist kann man sich ja immer... Alter! Sind die Skills am Chart hier! Kannst du mal runter reichen, dass ich da hochklettern kann? Halt mich am Kopf! Das wärs jetzt gewesen, ne? Tja, Hammer ey! Boah! Arme ausstrecken, drauf zurennen und dann springen! Zack! Alter! Guck mal hier! Bayerische Bruder! Wollen wir jetzt? Guck mal hier! Zack! Ey! Ich hab doch gedrückt! Was ist das denn? Das ist ein Gehampe, ey! Ja, geil! Jetzt hier! Und da musst du ausstrecken! Jawoll! Also... Loll! Was?! Warte, warte, warte! Ich komme! Halt durch! Einfach festhalten! Ah! Ah! Boah! Hahaha! Warte! Hab ich dich? Ne! Ne! So weit hoch? Ah! Ich glaube, du bist jetzt zu weit nach oben gerutscht! Ja! Muss noch mal... Muss ohne mich weitergehen! Ja! Tschüss! Tschüss! Jetzt hier hoch! Seh ich doch! Hä? Das ist locker! So ne Wippe wahrscheinlich, ne? Ey! Lass mal runtergehen! Oh je! Ah! 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 Oh! Oh je! Dann ist auch wieder ein Sprung! Oh, geil! Oh! Oh! Ja, easy! Komplett geil, das Spiel! Oh! Ah! Ja! Oh, Alter, ey! Pornodreh! Oh, hier! Alter, die Anlage! Die nehmen wir mit, ey! Mit dem Fernseher! Jawoll! Kannst du den Fernseher mitnehmen? Ey, wir räumen die ganze Bude hier aus! Wir werden das stehen lassen, Vollidiot! Kann man nicht umschmeißen? Jawoll! Hier! Randalieren! Vandalismus! Fällig! Ja komm, wir lassen uns mit dem Fernseher fallen! Müssen auch gucken, wo wir bleiben! Oh, scheiße! So! Und durch! Pass! Passt nicht! Ja, dann kipp ein bisschen! So! Jetzt müsst es passen! Jetzt schieb! Ha! Verkumpelt! Verkantet! Oh! Oh! Was ist das denn? Oh, dann nehmen wir ein Glasfisch mit! Guck mal! Pack mal an! So nach unten und dann hoch! Oh! Ja! 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 Jawoll! Oh! Der geht kaputt! Der geht kaputt! Der ist kaputt! Alter! Ich bin weich gelandet! Du nicht! Kann man die Bretter irgendwie abreißen? Yo! Einfach dann springen! Zack! Oh, Alter! Angriff! Warte! Warte! Ich... Mit so... Wie so'n Speer, weißt du? Ja! Waaaah! Waaaah! Ey! Er setzt den einfach wieder genauso vor, als wenn er dazu machen will! Jo! Ich hab's aufgemacht! Alter, ist der wie bei dir im Pott! Ha! So, das ist mein Job hier! Zack! Ah, hast du kaputt gemacht? Ja, du hast die... Du hast es kaputt gemacht! Guck mal! Ich hab die randaliert! Oh! Alter! Geil! Nein! Ja! Wuuuh! Hahaha! Geil! Ja! Hahaha! Geil! Aua! Kannst du ihn steuern? Weiß ich nicht! Ich bin dran! Kannst du mich steuern? Ja, ich hol dich jetzt rüber! Guck mal! Ja! Wuuuh! Hau mal hier rechts gegen die Mauer! Ey, was macht der denn hier, ey? Andere Seite! Andere Seite! Ich hab hier Probleme! Ich komm nie mehr rüber! Ich häng hier! Ey, lass doch los! Junge, andere Seite! Hängt der ja einfach aus dem Dingern raus! Jawoll! Jawoll! So, jetzt pass mal auf! Hängst du noch dran? Oh, hoffentlich komm ich nicht davor! Ja! Ja! Der hat aber gar keinen Schwung! Ja, doch, doch! Klar! Merkst du nicht? Wow! Scheiße! Ja! Wow! Geil! Okay! Krass! Da geht immer noch weiter hier! Alter, hier ist... Hier ist... Hier ist geriegelt! Was ist das hier? Oh, Scheiße! Wow! Müssen wir uns jetzt selber eine Rampe bauen? Hä? Hier an der Seite könnte man lang? Ja, was soll man mit den Steinen machen? Sollen wir da echt so... LOL! Das hat geknistert! Ja, tatsächlich! Warte! Ja, wusst ich... Ich wollte nur ausdrücken auf die Wand, äh... Der richtige Anlauf ist entscheidend! Zack! Uaaa! Ja, siehst du? Äh... So! Bis zu sich ankommen ist schon alles durch! Guck mal, das hier verkeilt den... Der arme Güter-Waggon, ey! Komm mal ran hier! So jetzt... Kracht der durch die Wand bestimmt! Alter! So, machen wir Schalter nach vorn. Fahr mich rüber. Oh, shit. So. Was ist das hier? Ah, geht die Tür auf. Gut. Was ist das hier? Hier oben ist eine Kiste. Ja, ja. Die brauchen wir. Mit einem Balken. Ah, muss ich mich... Alter, ich muss mich da rüberhangeln. Guck dir das an. So, warte. Warte, guck dir das an. Guck dir das an. Alter. Loll. Krass, da bewegt es ja sogar. Alter. Okay, okay. Alter. Warte, so, jetzt. Wow. Alter. Voll, ich wollte es zwei einfach. Jo. So. Ruhig da drauf. Und ich selber auch noch. So, jetzt kannst du... Aber schön behutsam. Schön, schön langsam. Ruhig. Ruhig. Jo. So. Ja, passt doch. Easy. Jetzt musst nur noch du rüber. Wo machen wir denn das? Ich glaube, ist egal. Weil, wenn ich jetzt durchgehe, komm's saving. Genau, jetzt kannst du einfach runterspringen. Oh Gott, trostlos. Ne, ich komm wieder da raus, oder? Ne. Jetzt bin ich hier. Moin. Ja, wow. So. Hier unten ist ein Hebel. Loin. Ja, da lege ich die Platte drauf. Mach nochmal runter da. Ist echt wie im Ruhe portieren, ne? Bisschen. Bisschen, bisschen viel Industrie hier. Ich glaube, die Arbeitskleidung war auf jeden Fall gleich. Jo. Ja, guck mal, geil. Hier ist ne Scheibe. Ja, ja. Was ist das denn? Muss ich das runterfallen lassen? Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, Loin. Hä, was war das? Muss man von hier oben... Ja, aber war richtig. Okay. Loin, ist abgebrochen. Was passiert? Loin, du hängst da dran. Was passiert? Ah, Trapezkünstler. Ja, ähnlich wie eben. Das war ja auch so krass. Oh. Let's go. Oh, scheiße. Wie das aussieht von unten. Vielleicht muss das erstmal ein bisschen in Schwingung kommen, weißt du? Alter, ich schaukel jetzt einfach mal ein bisschen. Guck mal. Alter. Alter. Wie schaukelt man denn? Oh. Was? Oh. Ja, ich. Ja, lol. Ich brauche einfach nicht mehr durch. Ja, Leute. Das war Humans Fall Flat. Ich denke, war ganz lustig hier mit dem Steini, mit dem Keller. Und die nächste Folge ist dann auf seinem Kanal. Könnt ihr vorbeischauen. Ist in der Beschreibung. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.